Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing Video hier auf meinem YouTube Kanal. Ihr seid mal wieder beim Atzenberger und wie immer freue ich mich, dass ihr auch diesmal wieder am Start seid und euch mein neuestes Video anschaut. Heute gibt es das hier bei mir. Ich habe mir eine neue Retro Gaming Konsole begönnt und zwar die Super Konsole X-Tube. Jawoll und hier seht ihr schon wie sie gleich aussehen wird. Ich habe 119 Euro dafür bezahlt bei Amazon. So hier unten haben wir noch ein paar Informationen auf dem Karton. Plug and Play, über 50 Emulatoren und jetzt das wichtigste. Über 50.000 Spiele sind hier am Start. Man hat die Möglichkeit noch eigene Spiele hinzuzufügen. HDMI Output, um das Ganze an einen modernen Fernseher anzuschließen. Soll sogar 4K haben, habe ich gelesen. Multiplayer und über 20 Sprachen. Hier unten seht ihr noch welche Konsolen hier unter anderem emuliert werden. Also ich bin jetzt wirklich sehr sehr gespannt auf das Gerät. Ist mir als neue Gerät verkauft worden, aber ihr seht schon, ja der Karton hat mal wieder ein wenig gelitten. Egal, ich würde sagen, wir packen sie jetzt mal aus und schauen mal, was uns hier so schönes erwartet. So, ich vermute, hier wird die Konsole selbst drin sein. Das gibt es dann gleich. Machen wir erstmal hier mit weiter. So, wir haben, ah ja, eine Anleitung für die Kontrolle. Okay, brauchen wir wie immer nicht. Wer es lesen möchte, es ist dabei. Dann haben wir noch ein User Manual dabei. Beschreibung hier, wie das Menü und alles aufgebaut ist. Ich denke mal, das brauchen wir auch nicht. Aber auch hier gilt, wer es lesen möchte, kann das natürlich gerne tun. Okay, dann schauen wir mal weiter. So, jetzt sind wir schon. Bei den Kontrollern angekommen. Ja, mehr ist nicht drin. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal einen der Controller an. So, erinnert natürlich ganz stark an ein Playstation Pad. Ja, ziemlich genau identisch. Gute Verarbeitung auf jeden Fall. Also die Analog Sticks sind schon mal klasse. Die sind hier oben auch so leicht gummiert. Ich weiß nicht, ob man das jetzt richtig erkennen kann auf der Kamera, dass man halt nicht abgibt. Abgerutscht davon. Ja, klasse. Hier bleibt auch nichts hängen oder so. Haben wir auch schon anders erlebt. Bei so billigen Nachbaupads. Aber das ist wirklich hochwertig, würde ich sagen. Okay, dann gucken wir mal das Steuerkreuz. Auch das hat so eine leicht angeraute Oberfläche. Besteht aus Hartplastik. Ja, ganz gute Druckpunkte, sage ich jetzt einfach mal. Ist jetzt nicht schwammig oder so. Sehr gut. So, dann haben wir die Tasten Select, Mode und Start. Die sind aus einem ganz weichen Gummi. Okay. Dann geht es weiter mit den Action Buttons A, B, X und Y. Die sind dann wieder aus ganz normalem Hartplastik. So, dann haben wir natürlich noch Schultertasten dabei. Vier Stück an der Zahl. Schauen wir mal weiter. Ah ja. Hier sieht man noch LEDs für den Betrieb. Hier unten haben wir ein Batteriefach. Das werde ich jetzt mal öffnen. Schauen wir mal hinein. Ah ja. So, das kommt dann in die Konsole. Um die Wireless Verbindung herzustellen. So, hier werden jetzt zwei AAA Batterien eingelegt. Um das Ganze mit Strom zu versorgen. Sehr schön. So, und hier haben wir noch die Möglichkeit, das Pad an- oder auszuschalten. Also das Pad gefällt mir schon mal sehr gut. Zwei Stück an der Zahl sind dabei. Habt ihr ja gesehen. Okay, gut. So viel dazu. Dann kommt jetzt natürlich unser Highlight selbst. Und zwar die Konsole. Dann schauen wir mal, wie geht es auf. Ah ja, hier an der Seite. Na, komm schon. So. Okay, da ist sie. Ah, noch mehr dabei. Sehr schön. Oh, das gefällt mir. Ein Netzstecker. Perfekt. Um die Konsole mit Strom zu versorgen. Das ist schon mal super. Wir haben in letzter Zeit viele Konsolen gehabt, die sich nur über USB betreiben lassen. Beziehungsweise da ist dann kein Netzstecker dabei. So, dann haben wir jetzt hier noch ein HDMI-Kabel am Start. Sehr schön. Länge schätze ich jetzt mal auf zwei Meter, würde ich sagen. Ungefähr ungefähr. Okay. So, jetzt kommt natürlich unser Highlight selbst. Die Konsole. Sehr schön. Ja, sieht doch ganz schick aus. Schauen wir mal. So, hier vorne haben wir vier USB-Anschlüsse. Haben wir die Möglichkeit, ja, jetzt andere Gamepads mit einem Kabel, sage ich jetzt mal einfach hier anzuschließen. Oder eine USB-Maus, eine USB-Tastatur. So, dann schauen wir mal hier unten. Hier sind noch drei LEDs. Die werden dann im Betrieb natürlich leuchten. Hier haben wir nichts mehr. So, dann schauen wir uns die Rückseite mal an. So schaut es aus. Hier haben wir noch die Möglichkeit, ein AV-Kabel anzuschließen, wenn man das möchte. So, hier ist unsere SD-Karte drin. Mit unseren Spielen und dem Betriebssystem nehme ich mal an. So, hier ist ein HD-Ausgang, um die Konsole mit dem Fernseher zu verbinden. Hier haben wir noch die Möglichkeit, ein Netzwerk-Kabel anzuschließen, also Ethernet. Ja, hier wird die Konsole dann mit Strom versorgt. Über den Netzstecker, der dabei ist. Und hier können wir das Ganze noch an- und ausschalten. Ja, viel mehr gibt es jetzt hier nicht zu sehen. Ja, Made in China. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich werde jetzt mal alles anschließen. Dann gucken wir uns mal das Spielmenü an. Wir werden ein, zwei Spiele testen, ob es irgendwie Ruckler oder sowas gibt. Und dann gibt es schon mal ein Fazit. Dann würde ich sagen, bis gleich. Okay, so, unser Betriebssystem ist geladen. Wir sind jetzt hier in unserem Auswahlmenü mit den Emulatoren. So, mit der Start-Taste. Ah ja, kommen wir hier in die Settings rein. Und ihr seht schon, hier gibt es wirklich jede Menge, was man hier einstellen kann. Das werden wir jetzt aber nicht machen. Wir wollen ja schließlich wissen, welche Emulatoren hier drauf sind. Und wie viele Spiele. Über 50.000 sollen es sein. Dann würde ich sagen, wir gucken jetzt einfach mal durch. Ihr seht schon, Super Nintendo Entertainment System sind schon mal 1.232. So kann es gerne weitergehen. Gucken wir jetzt einfach mal hier durch. Sehr schön. Ja, ihr seht auch einige ausgefallene Sachen sind dabei. Hier ein klassischer Computer. Schön. Interessant auf jeden Fall. Ah, hier haben wir All Games. Ja, 50.000 und 5 Spiele insgesamt. Wem das nicht reicht, der kann hier gerne noch ein paar drauf spielen auf die SD-Karte, wie schon erwähnt. Werde ich jetzt allerdings nicht ausprobieren. Mir reicht das, was hier enthalten ist. Ja, super. Das sieht doch wirklich klasse aus. Wahnsinn. Ja, wirklich jede Menge dabei, wie ihr sehen könnt. Ja, der absolute Wahnsinn, sage ich nur dazu. Gut, dass ich mich für diese Version entschieden habe. Es gibt drei verschiedene Versionen von der Kiste hier. Ich habe die mit der größten Speicherkarte gewählt, mit den meisten Spielen. Und ich denke mal, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, wie es aussieht. Ihr seht, hier ist wirklich jede Menge Zeug dabei. Ja, unglaublich. Es geht immer weiter. Wahnsinn. Ja, da kann man schon mal begeistert sein, auf jeden Fall. So, und da sind wir auch durch. Okay, dann würde ich sagen, ich wähle jetzt mal zwei Spiele aus. Die testen wir. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier von der Performance verhält. So, als erstes habe ich mich für Nintendo 64 entschieden. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, welche Spiele hier am Start sind. Ich gehe jetzt einfach mal von oben nach unten die komplette Liste durch. Wenn das zu schnell geht, der kann natürlich wie immer langsamer laufen lassen oder halt an gewissen Stellen Pause machen. Ihr seht schon, hier ist wirklich einiges dabei. Unsere schöne Konsole hat ja ein 64-Bit-4-Core-Core-Core-Core-Core-Core-Core-Core-Core-Core. Also, die Spiele sollten jetzt wirklich alle hier ruckelfrei laufen. Ich bin gespannt gleich. Wie gesagt, wir gucken jetzt kurz die Liste durch. Danach wähle ich hier eins aus. Mal gucken. Ja, hier ist wirklich auch jede Menge dabei. Sehr schön. Ah, klasse. Da freut man sich doch. Sehr nice. Ich habe mich für Mario Kart 64 entschieden. Jetzt gucken wir mal, wie lange das Ganze zum Laden benötigt. Ich bin gespannt. Ja, das ging ja fix. Sehr nice. Okay. Dann testen wir mal, wie es aussieht mit der Performance. Ich wähle jetzt einfach hier mal was aus. Da geht's los. Sehr schön. Und Abfahrt. Jawoll. Ja, sieht doch super aus. Gut laufen tut's auch. Also, ich kann jetzt hier keine ruckel oder ähnliches erkennen auf den ersten Blick. Ja, so kennt man es. So liebt man es. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich mit diesem Spiel verbracht habe früher. Eieiei. Ja, ein bisschen aus der Übung. Ihr seht es. Sehr schön. Ja, das sieht doch wirklich klasse aus. Optimal. Ja, würde ich sagen, der erste Test ist schon mal bestanden. Ach, da möchte man direkt weiterspielen. Okay, ich gehe jetzt mal zurück ins Menü. Dann teste ich noch ein weiteres Spiel. Okay. So, wir kommen wieder zurück. Start und Select gedrückt halten. Und ihr seht, wir sind auch ziemlich schnell wieder zurück im Spielmenü. Okay, gut. Dann wähle ich jetzt nochmal einen weiteren Emulator aus. Und ein weiteres Spiel. Dann schauen wir mal, welche Spiele für die Playstation hier dabei sind. Ich gehe auch hier von oben nach unten einmal durch. Ja, das war es auch schon. Okay, gut. Dann nehmen wir direkt mal Tekken, würde ich sagen. Sehr schön. Okay. Ach, das kennen wir auch noch. Okay. Da geht es los. Ein Klassiker. Ach gut, ist ja grafisch natürlich schon alles ein bisschen in die Jahre gekommen. Alles klar. So. Machen wir mal ein kleines Ründchen. So sah es früher aus. Für die Leute, die es noch gar nicht kennen. Oder nur die neuen Teile. Ganz witzig auf jeden Fall. Ja, ihr seht, auch hier funktioniert alles sehr gut. Es läuft perfekt. Sehr schön. Ja, auch der zweite Test bestanden, würde ich sagen. Auch wenn ich jetzt hier gerade verprügelt werde. Ach, doch gewonnen. Sehr schön. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall. Optimal. So, nach der Runde gibt es dann auch schon mein Fazit zu der Konsole. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, ich bin begeistert. Ja, hier gibt es natürlich keine zwei Meinungen. Ganz klar, dreifach Daumen nach oben von mir. Die beste Bewertung, die es hier bei mir auf dem Kanal zu vergeben gibt. Hier bin ich wirklich absolut begeistert. Zum Preis von 119 Euro. Bekommt ihr wirklich eine super Konsole. Genau wie der Name schon sagt. Also absolut genial. Ihr habt gesehen, wie viele Emulatoren da drauf sind. Wie viele Spiele. Ihr könnt das Ganze noch erweitern. Das Gerät ist gut verarbeitet. Die Controller liegen super in der Hand. Super Spielbarkeit. Also ich weiß nicht, was man noch mehr will. Viel besser geht es gar nicht mehr. Also wie gesagt, kann ich jedem nur empfehlen. Ab heute ganz klar meine neue Lieblingskonsole. Die bleibt natürlich angeschlossen. Da werde ich noch jede Menge Zeit mit verbringen. Also absolut genial. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Da fehlen mir die Worte. Also eine ganz klare Kaufempfehlung. Vor allem für Leute, die vielleicht noch gar keine Konsole haben. Lasst euch von dem hohen Preis nicht abschrecken. Ihr habt ja gesehen, das Ding ist wirklich jeden Cent wert meiner Meinung nach. Ich würde sie mir auf jeden Fall jederzeit wieder kaufen. Und wie gesagt, ich lege sie euch ans Herz. Ich denke, ihr werdet genauso begeistert sein wie ich. So, das war es schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Ganz besonders natürlich über ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet. Wenn ihr mögt, schaut auch gerne morgen wieder bei mir rein. Morgen gibt es schon das nächste Video bei mir. Es ist allerdings dann ein Lebensmitteltestvideo. Die gibt es bei mir täglich. Alle anderen Sachen wie die Konsolen, die Handhelds und die Gadgets. Die gibt es dann immer nach und nach, wenn ich mir neue Sachen gekauft habe. Da gibt es allerdings keinen festen Termin für. Das sage ich schon mal vorab. Alles klar, dann war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Sagt euer Atzenberger.